Ihr dachtet nicht wirklich, es sei schon vorbei, oder? Ihr könnt mich nicht besiegen, Narren! Die Skylands sind verloren, das Universum ist mein! Fürchte nicht, gehorcht mir! Ich bin die Finsternis! Stell dir jetzt, Portalmeister! Die Finsternis ist frei! Du musst einen Weg finden, sie zu besiegen, bevor sie entkommt und alle Welten bedrohen kann! Alles, was du bisher gelernt hast, hat dich auf diesen Moment vorbereitet! Die bösartige Herrschaft der Finsternis muss enden! Oder wir sind alle verloren! Dein größter Kampf erwartet dich, Portalmeister! Die Finsternis! Komm, törichter Skylander! Komm und fordere die allmächtige Finsternis heraus! Siehmal, Portalmeister, benutze diese Rissbogenringe, um dein Fahrzeug anzutreiben! Willkommen zum finalen Bosskampf von Skylanders Super Chargers! Im letzten Part haben wir Imperator Chaos besiegt und jetzt wissen wir, wieso er so schwach war! Er ist quasi auf unserer Seite schon die ganze Zeit gewesen! Und deswegen hat er sich auch nicht wirklich uns entgegengestellt! Aber nun gut, der wahre Boss wartet auf uns! Du musst durch weitere Rissbogenringe fahren! Okay! Fast geschafft, Portalmeister! Fahre durch einen weiteren Rissbogenring! Okay! Du musst durch weitere Rissbogenringe fahren! Greife jetzt an, solange die Finsternis geschwächt ist! Haha! Okay! Damit kommst du nicht durch! Ich bin die Finsternis! Soll ich wirklich den Hotstreak verwenden? Du hast keine Chance gegen meine Macht! Das ist die gute Frage jetzt, denn wir machen sehr wenig Damage mit dem Hotstreak! Okay! Mal schauen, was er alles noch zu bieten hat! Ich erwarte mir nicht allzu viel! Grafisch auf einem sehr guten Niveau dieser Endboss, das kann man jetzt schon sagen! Die Frage ist, wie spannend wird es werden, wie gut ist er wirklich? Wir werden es bald rausfinden! Was ist was für ein Barrel Blaster? Du musst angreifen, solange die Finsternis geschwächt ist! Wie ist das möglich? Ich bin doch allmächtig! Alle sollen die Finsternis fürchten und ihr gehorchen! Zeit mal ein bisschen die Fahrzeuge zu wechseln, hätte ich gesagt! Oh ja! So sagst du es! Oh ja! Da hätten wir auch noch ihn, den Shark Tank, voll abgekürzt! Ich bin gespannt! 550 Damage hat er mit der Y-Attacke gemacht! Mit der X-Attacke können wir uns erst mal eingraben! Denn mehr Kurven wir fahren, desto langsamer werden wir an sich! Aber hier vielleicht dann doch nicht! Okay! Der Rhythmus wird schon schneller! Wir dürfen hier noch einiges erwarten! Hoffentlich keine Enttäuschung! So! Gib Gas! 770! Sehr schön! Schaut schon besser aus! Ist es nicht! Chaos Munition bereit! War ein bisschen umstellendlich zu platzieren! Okay! Einfach schön driften! Mal schauen! Kriegen wir noch einen anderen Drift auch hin? Nein! Nicht so wirklich! Das Universum wird mein sein! Die Finsternis ist unaufhaltsam! So! Jetzt kann ich mich natürlich auch nicht eingraben! Denn mit der X-Attacke mache ich ja die 1300 Schaden oder was es waren! Da haben wir einen Bereichsschaden gemacht! Eine Riesenexplosion quasi! Okay! Jetzt müsste es bald wieder so weit sein! Super Grafi! Es schaut unheimlich gut aus! Bam! Okay! 8000 oder was das gemacht hat! Es gibt keine drinnen mehr! Was! Ich durfte dich gar nicht angreifen! Es war ein Fehler mich herauszufordern! Wo ich am mächtigsten bin! Sieh her! Shadow Guardian! Du kannst mir nicht ewig aus dem Weg gehen! Okay! Die kann ich jetzt noch nicht angreifen! Wow! Oder doch! Warte mal! Wow! Ich kann euch jetzt angreifen! Jetzt nicht mehr oder wie? Einen haben wir jetzt schon mal! Oh wie steht es? Nein! Du hast noch ein Schild! Ich habe es nicht gesehen natürlich! Wir fahren so langsam! Ich drücke eh das Gaspedal voll durch! Ah! Shit! Der hat schon wieder ein Schild! Die Finsternis fürchten und ihr gehorchen! Ja! Okay! Gut! Schilde runter! Ja! Jetzt gehörst du mir! Oh! Da wäre ein bisschen was zum reparieren gewesen! Oh! 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 Jawoll! Das Flugzeug auch noch erwischt! Mit dem Drift merkt man eigentlich dann erst so richtig, dass man überhaupt ein bisschen schneller fährt! Ich darf mich nicht mehr treffen lassen! Das ist richtig gemein! Gibt es hier eigentlich auch noch einen Mod oder so? Oh! Oh! Hat er mich voll erwischt! Supercharged! Hier brauche ich jetzt einfach... Wow! Ein bisschen Speed! Jetzt haben wir einiges mehr am besten! Okay! Schönen Drifting legen! Sehr schön! Komm Violett! Nein! Aufpassen! Wow! Das war knapp! Das war sehr knapp! Nein! Ein Crash! Aber das passt schon! Nochmal ein Achttausender Schaden! Okay! Aber ich kann ihn halt nicht direkt angreifen! Oh! Abfackeln! Nein! Der Schild ist schon wieder oben! Sehr schade! Ah! Der Blau Drift geht nicht mehr! Nein! Du hast keine Chance gegen meine Macht! Zeit für eine neue Phase! Hoffentlich kommt eine! Jawohl! Wir fahren eh schon lange genug! Oh ja! Okay! Die alte wieder! Und dann werde ich den Barrel Blaster wohl im richtigen Moment zücken müssen! Und dem Typen sehr sehr viel Schaden hinzuzufügen! Achso! Der Blaue Drift war wahrscheinlich der schnellste schon! Ich dachte es gibt drei Drift Varianten! Schon wieder vergessen! Okay! Die Filsternis kommt dich holen! Skylander! Hoffentlich! Ich warte schon die ganze Zeit darauf! Leider verfehlt! Aber das sollte kein Problem sein! Einen Ring wahrscheinlich noch! Und dann sofort runter mit dem Hotstreak! Hoffentlich bin ich mit dem Barrel Blaster bei der X-Attacke in Reichweite! Okay! Es reicht noch immer nicht! Vielleicht muss ich einfach viele hintereinander! Jetzt! Das wird unser letzter Kampf! Supercharged! Und go! Wir sind nicht in Reichweite! Sehr sehr schade! Da muss wohl der 200er Damage hier reichen! Bin ich dir jemals aus dem Weg gegangen? Sag es mir! Ich brauche den Hotstreak! Schaut euch wie langsam wir hier fahren! Das ist absoluter Wahnsinn! Mit der X-Attacke vom Hotstreak sind wir halt dann doch mal schneller! Oh! Didi! Er reißt schon die Hände in die Luft! Ganz erschrocken wie er sich hat! Das kleine Äffchen! Nein! Ich verwende den Hotstreak! Schaut euch das an! Das ist doch abnormal wie langsam! Jetzt nehmen wir ein bisschen Fahrt auf! Wahrscheinlich durch diesen Ring! Kann das sein? Also keine Drifts eindenken! Nein! Ich habe den Ring wieder verpasst! Und wir müssen dann wieder anscheinend wirklich bei Null anfangen! Wir müssen so ein bisschen was aufbauen! Alles klar! So funktioniert das! Okay! Das Universum wird meint sein! Die Winsternis ist unaufhaltsam! Hoffentlich! Dann haben wir schon mal eine Herausforderung! Okay! Ich bin bereit! Ich weiche nicht zurück! Das Universum ist mein! Nein! Du kannst mir nicht ewig aus dem Weg gehen! Hat der jetzt nicht gezählt oder was? Oh! Das wäre natürlich schade! Chaos Munition ist drinnen! Ich darf jetzt nicht X drücken! Ansonsten verschwende ich nur die Anzeige! Alle Munition die ich hier habe! Das wird unser letzter Kampf, Skylander! Oh! Nein! Verpasst! Oh! So schade! Die Winsternis kommt dich holen! Skylander! Konzentrier dich! Konzentrier dich! Nein! Das gibt's doch echt nicht! Aber ich habe ihn noch erwischt! Wow! Das hat Damage gemacht! Jetzt! Und der letzte noch! Perfekt! Du hast keine Chance gegen meine Macht! Oh! Die X-Attacke! Die macht 3000 Damage! Dreimal 1000! Du bist stärker als ich es mir vorgestellt habe, Skylander! Okay! Chaos Munition ist aus! Ich könnte natürlich andere Fallen auch noch verwenden! Ich weiß aber noch gar nicht wie viel Damage die machen! Ich finde das echt gut! Dadurch, dass es zum Schluss immer schneller wird! Alles klar! Das wird unser letzter Kampf, Skylander! So! Jetzt wird es wieder interessant! Hier den Ring noch mitnehmen! Und den letzten hier! Oh nein! Das hat nicht geklappt! Oder doch! Aber es war schon sehr fragmütig! Warum gibst du nicht auf? Du wirst niemals die Finsternis besiegen! Du wirst niemals die Finsternis besiegen! Oh ja! Jetzt werden wir schon sehen, ob die Finsternis wirklich dem Stand hält, was ich hier aufbieten kann! Nächster Ring! Schön konzentrieren! Jawohl! Das ist richtig cool, wenn das Teil hier auch noch mit dabei ist! Und ein bisschen für Verwirrung sorgt! Ja, das ist leider wenig Damage! Aber immerhin! Vielleicht war dieser Chaos ja doch nicht so schwach! Leider doch! Du kannst mir nicht ewig aus dem Weg gehen! Chaos hat sich hier diesmal komplett zurückgehalten! Ist das erste Mal wirklich, dass wir nicht Chaos als Final Boss haben! Das ist auch interessant! Oh nein, oh nein! Okay! Aufpassen! Sehr schön! Perfekt! Einen noch! Den nehme ich mit! Der gehört uns! Bam! Verbrutzeln! Nein! Mit dieser X-Attacke kann ich einfach nichts machen! Da geht nichts! Damit kommst du nicht durch! Ich bin die Finsternis! Ich habe kaum HP mehr! Soll ich den Hotstreak? Das Universum wird mein sein! Die Finsternis ist unaufhaltsam! Soll ich den Hotstreak wirklich vom Portal nehmen! Ich will nicht! Ich traue mir das aber auch nicht ganz zu hier fehlerfrei oder beziehungsweise mit einem Fehler nur hier durch zu kommen! Wir werden es sehen! Also Spannung auf jeden Fall! Aber wie ich mich kenne, verliere ich den einfach viel zu gerne! Obwohl ich es nicht will! Warum auch immer! Okay! Das schaut gut aus bis jetzt! Das schaut sogar sehr gut aus! Hast du nicht noch irgendwie eine neue Attacke oder so irgendwie was? Ich meine das kennen wir schon! Ja! Laserstrahl links und rechts! Okay! Oder? Bam! Mit Bowser hat es angefangen! Mit Bowser wird es enden! Das soll es dann doch gewesen sein! Ich nehme mal an, dass ich nichts mehr brauche! Ich glaube, dass hier dann nichts mehr kommen wird! Und eigentlich müsste... Wow! Die Rüstung reichen! Wir werden es sehen! Wir haben jetzt links und rechts schon einen von diesen Dingern! Nein! Verpasst! Verdammt! Das war schlecht! Okay! Es geht richtig rund! Das ist cool! Das ist richtig gut! Endlich mal etwas, womit ich zu kämpfen habe! So ein bisschen! Also nicht dadurch... Wow! Dass ich überall reinfahre! Sondern einfach generell! Um hier nicht HP zu verlieren! Es fürchten und ihr gehorchen! Ich habe Angst! Mittlerweile... Hey! Was ist jetzt passiert? Mittlerweile rechne ich ja schon fast, dass ich Bowser hier noch verlieren werde! Gibt mir wieder so Ringe! Ja! Hier sind die ersten! Natürlich! Das ging ja jetzt schon fast schief! Ich sollte hier einfach nicht driften! Ich brauche die Geschwindigkeit gar nicht! So! Das war gut! Nein! Und der Crash! Fütterungszeit! Das Universum wird mein sein! Die Winsternis ist unaufhaltsam! Haha! Nein ist sie nicht! Auch wenn ich hier Tariffin einfach wegwerfe quasi! Es wird schon noch gut gehen! Trigger Happy ist motiviert! Der nimmt das jetzt in die Hand! Ich habe natürlich nochmal so einen Ring verpasst! Aber... Ist ja auch nicht so tragisch! Ok! Hier haben wir ihn! Perfekt! Ein bisschen noch! Einmal noch... Nein! Einmal noch die ganzen Ringe erwischen! Dann müssten wir es doch fast geschafft haben! Das wird unser letzter Kampf! Skylander! Okay! Dann... Lassen wir die Motoren... Starten! Aber nicht nur irgendwie, sondern auf maximalen Schub! Komm her! Ja! So ist es! Gas geben! Gas geben! Wir brauchen mehr Geschwindigkeit noch! Oh! Versäumt! Das war schlecht! Das war sehr schlecht! Und der Crash! Ich habe es nicht mal kommen sehen! Leise, aber tödlich! Erneut der Versuch! Das wird unser letzter Kampf! Skylander! Das war sicher schon wieder einer der letzten! Ich glaube das Ding macht sogar jetzt Double Damage! Weil 500 pro Crash, 500 AP die wir hier verlieren ist nicht wenig! Also schon heftiger! Okay! So! Aufpassen! Ja! Es war zu schnell! Verdammt! Es war zu schnell! Selbst der Hotstrick kam nicht mehr nach! Ah! Jetzt habe ich wieder den versäumt! Wow! Und der Crash! Schlitzen und Hacken! Ein bisschen Pech war halt dann auch immer dabei! Blöd angestellt! So! Ich hätte einfach riskieren sollen! Egal ob ich die HP verliere oder nicht! Du kannst mir nicht ewig aus dem Weg gehen! Oh nein! Das Universum wird mein sein! Die Winsternis ist unaufhaltsam! Denkst du? Wir haben dich fast! Es fehlt nur noch wirklich das letzte HP Stückchen! So wenig noch! Einmal noch! Dann müsste es das gewesen sein! Wieder zu langsam! Ich komme nicht hinterher! Wahnsinn! Immer so extrem knapp! Gerade nicht jedes Mal! So! Konzentrieren! Sehr schön! Einfach durch! Egal! Game over! Dawn is up! Wir haben es geschafft! Die Finsternis hat sich aus den Skylands verflüchtigt! Sie ist Geschichte! Sie ist Geschichte! Oh man! Wir haben es geschafft! Wieder mal die Skylands vor dem Unheil gerettet! Auf zur finalen Cutscene! Siehst du, Hugo! Ich hab doch immer gesagt, dass alles gut wird! Eigentlich sagtest du, das Sky Schlinger-Dings wird uns vermutlich alle fressen! Weißt du, was das Wichtigste ist? Dass das Team es geschafft hat, vor allem mich! Jetzt, wo die Skylander die Finsternis losgeworden sind, ist unser Ärger endlich vorbei! Ha! Das hättest du wohl gerne! Was? Was ist mit den Horten alttraumhafter Fieslinge, die darauf warten, die Skylands zu erobern? Das lass ich nicht zu! Wenn jemand die Skylands erobert, dann werde ich derjenige sein! Und bis ich meine Kräfte auf andere Weg zurückbekomme, helfe ich euch als neuer, ultimativ fieser Berater für Ultimativ Fieses! Ist das ein echter Job? Komm, Glammshanks! Führe mich in meine Gewächer! Und das soll eine gute Idee sein? Nun, so könnten wir wenigstens ein Auge auf ihn werfen, wenn du verstehst! Äh, nö! Wie dem auch sein! Wenn das dann geklärt wäre, sollten wir zum Abschluss noch etwas wahnsinnig Tolles! Oh! Lass mich mal! Boom! Nein, das war's nicht! Boom? Nope! Boom! Oh! Oh! Ich hab es! Kablam! Okay! Ich weiß, was dir fehlt! Versuchen wir's zusammen! Auf drei! Eins! Zwei! Drei! Boom! Also das war der Wahnsinn! Das beste Boom aller Zeiten! Sehr gut Portalmeister! wieder einmal dank dir sind die Skylands sicher! Ja! Ja! Ja, ja, ja! Ich übernehme! Opa! Als offizieller ultimativ fieser Berater für ultimativ fieses gratuliere ich euch, dass die Skylands von der Finsternis befreit sind! Ein für alle Mal! Ha! Geschieht dir recht! Blöde Finsternis! Wie gut für euch und eure unerträglichen Skyloser! Ähm, äh, unglaublichen Skyfreunde! Hehehehe! Dass ich Chaos da war, um euch zu retten mit meinem unvergleichlichen Genie! PS! Gern geschehen! Ha! Ha! Im Hintergrund werdet ihr jetzt noch ein Rematch gegen die Finsternis sehen, denn viele fragen sich euch, ja, ähm, das Battle ist ja nicht so gut gelaufen, was ist da schiefgegangen? Das ist ganz normal in einem Let's Play, da das ganze Blind ist und man den Boss noch nie gespielt hat, ist auch die Leistung, ja, eher am unteren Limit und ich werde euch jetzt mal hier einfach zeigen, wie das auch anders gehen kann. Das hat jetzt mich ungefähr 4-5 Versuche gekostet, wobei das relativ schnell ist, also diese Leistung hätte ich mir nicht unter 10 Versuchen zugetraut, aber es ist alles gut gegangen und ihr könnt jetzt mal schauen, wie das ist, wenn ich ohne zu kommentieren wirklich mich voll auf das Gameplay konzentrieren kann und da die Finsternis dann total vernichten werde. Rechts unten werden die Credits zu sehen sein und im Hintergrund werdet ihr natürlich die Credit Musik hören. Das Rematch soll ja wirklich nur ein optisches Vergnügen für euch sein, jetzt damit ihr nicht die ganze Zeit auf die Credits starren müsst. Ich werde inzwischen mal auf das Spiel genauer eingehen. Auf Skylanders Superchargers legen wir also los mit dem Resümee von Skylanders Superchargers. Die Story hat ein interessantes Ende gebracht. Ich bin ja gespannt, wie wird das dann sein im nächsten Spiel? Wen haben wir als Schurken zu befürchten? Also da gibt es sehr viel Potenzial, aber nun zuerst mal der Rückblick auf dieses Spiel. Die Cutscenes von Skylanders Superchargers waren absolute Weltklasse. Einfach nur phänomenal. Ich bin mir vorgekommen, als ob ich gerade im Kino bei einem Animationsfilm sitze. Besser hätte es einfach nicht gehen können. Ich erinnere da zum Beispiel an mein persönliches Highlight bei den Cutscenes, obwohl alle wirklich ein neues Niveau erreicht haben. So erinnert man oder ich erinnere mich beziehungsweise immer sofort an eine Cutscene. Da wo sich Glamshanks für alle geopfert hat. Das war nicht nur gefühlstechnisch ein absoluter Wahnsinn, sondern auch die Grafik, die Umsetzung dieser Cutscen kam mir vor, hat nochmal so dieses besondere Etwas gehabt. Nicht weil Glamshanks da sich geopfert hat, sondern die ganzen Partikel, dieses Feeling, dieses Grauen, das auf uns wartet, das war einfach nur super umgesetzt. Ich habe mich gefühlt, als ob ich da live dabei wäre. Gehen wir gleich zu einem ähnlichen Kapitel über, und zwar zur Grafik im Spiel. Die hat sich auf der Wii U Version nochmal deutlich gesteigert gegenüber Trap Team. Auf der PS4 Version auch. Für mich ist es natürlich ein Highlight, dass für die Wii U Version dieses Spieles so viel noch investiert wurde, damit wir eine super Grafik haben, die sich deutlich von Skylanders Trap Team abhebt. Bei der PS4 Version eigentlich genauso, wobei das nicht so krass war, weil halt die Wii U Version von Trap Team vielleicht grafisch damals nicht so ganz mit der PS4 Version mithalten konnte, aus welchen Gründen auch immer, aber schön, dass sie das hier wettgemacht haben. Es sind wirklich eigentlich nur kleinere Sachen, also es ist egal, ob ich die Wii U Version oder die PS4 Version habe, ich habe auch selber hier die Wii U Version auch bei Trap Team. Also da ist nicht so viel Unterschied, aber man merkt es halt, wenn man sehr sehr genau hinschaut. Gehen wir zurück zum Anfang dieses Spieles. Falls ihr euch noch erinnern könnt, wir hatten ja damals einen tollen Start in das Spiel. Wir sind mit einem Fahrzeug über den Riss in die Skylands gelangt, da wir ja von Chaos ausgesperrt wurden. Und das Tolle an der Sache ist, dieser Schauplatz, dieser Riss wurde halt für den Endboss auch wieder verwendet. Und wie ich da angekommen bin, habe ich das natürlich sofort mit dem Anfang verbunden. Diese ganzen Gefühle kommen da einfach wieder hoch, die Erinnerungen, wie alles anfing. Und jetzt steht man eben vor dem finalen Boss gegen die Finsternis und hat nochmal genau diesen gleichen epischen Schauplatz. Nur halt wirklich um einiges ansprechend aus dem Anfang. Da musste man ja nur geradeaus fahren. Was natürlich schade ist, dass die Finsternis wirklich nur zwei Phasen hat. Also wir haben ja diesen Abschnitt, wo wir nicht direkt die Finsternis bekämpfen. Zwischendrin und vorher und nachher mussten wir ja die Finsternis direkt bekämpfen und durch diese Ringe fahren, um dann endgültig die Finsternis angreifen zu können. Aber ich hätte mir da irgendwie mehr gewünscht. Zum Schluss sind ja noch diese Laserstrahlen dazugekommen, aber ich hätte mir da einfach mehr Phasen erwartet. So wie bei Trap Team, das war einfach ansprechender damals. Mehr Abwechslung über einen längeren Zeitraum ist einfach Pflicht, damit der Boss auch nicht langweilig wird. Ich meine, bei der Finsternis ging es noch, aber das war schon ziemlich grenzwertig. Vor allem wenn man länger braucht, so wie ich jetzt im Let's Play, das zieht sich dann schon ganz schön hin. Weil wir gerade beim Thema Bosse sind, gehen wir die ganzen Bosse mal durch. Wir haben ja verschiedene Bosse, also einerseits mal die Fahrzeugbosse und dann gibt es halt die normalen, wie wir sie kennen, wo wir mit den Skylanders diese bekämpfen. Aber wir starten mal mit den Fahrzeugbossen. Teilweise wurden sie gut umgesetzt, teilweise einfach nur... Boah, also das war ja wirklich nix. Ich erinnere zum Beispiel an Lord Stratos 4, der war ein bisschen langweilig, kommt mir vor. Man ist immer nur geradeaus gefahren und es zieht sich halt und man wartet eigentlich nur bis er endlich darum geht. Es hat halt kaum Abwechslung gegeben. Er hat dann zum Schluss oder im zweiten, dritten, drittel so ein bisschen angezogen. Da kamen ja noch Minen oder was das waren dazu. Aber trotzdem, das war, kommt mir vor, nicht so ganz toll. Hingegen Graf Money Bones war ein absolutes Highlight für den Fahrzeugboss. Das war einfach nur cool. Der hatte vielleicht auch, ja, ein paar unterschiedliche Attacken auch. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Und man wusste halt am Anfang beim ersten Mal, wenn man das spielt, nicht genau wann kommt was und wie muss ich da jetzt reagieren. Und dann hängt man auf einmal auf der Wand rum und muss irgendwie auf seine Plattform wieder. Also da hatte man schon eine kniffligere Aufgabe und Anführungszeichen. Aber es war für mich so ein Highlight, der war einfach super umgesetzt. Da hatte ich totalen Spielspaß, was ich bei manchen halt leider nicht so hatte. Zum Beispiel der Clark, der kann sich als Boss schon quasi verstecken. Das war vielleicht ein Miniboss, aber kein Boss für ein Level. Das war einfach nur, ja, eigenartig, sagen wir es so. Was ich sehr, sehr schade fand, dass es jetzt keine Seebosse oder Himmelsbosse gibt. Ich meine, die Bereiche sind optional, schon klar. Aber es gibt halt wirklich nur diese Hydra ganz am Ende im letzten Level als Seeboss. Aber es gab keinen Himmelsboss, wo ich, also Himmelsboss laut Stratos 4 wäre zum Beispiel ein Himmelsboss. Aber da bin ich ja mit dem Fahrzeug gefahren und nicht mit einem Flugzeug geflogen. Aber das haben sie halt wahrscheinlich deswegen gemacht, weil man halt, ja, nur mit einem Fahrzeug das Spiel schaffen sollte. Und deswegen haben sie halt nicht so den Fokus auf die anderen zwei Fahrzeuge gelegt, dass man da auch irgendwie was, ja, kaputt machen kann. An Bossen gab es ja da wirklich nichts. Einfach nur normale Gegner überleben, sowas in die Richtung. Teilweise besser geglückt diese Fahrzeugpassagen, teilweise dann leider doch langweilig. Ich erinnere da jetzt zum Beispiel an die 2D Unterwasserpassagen, die sich teilweise sehr hingezogen haben. Und das war nicht so toll. Aber zum Glück gab es halt nicht nur Fahrzeugbosse. Es gab noch die normalen, wie wir sie kennen, wo wir mit den Skylandern auf einem Schauplatz direkt gegen den Boss angetreten sind. Also dieses Spiel hat sehr, sehr viele positive Seiten. Wir erinnern uns jetzt zum Beispiel an den Boss Spinnst du, Bro? Ich weiß nicht mal, wie er geheißen hat. Der Himmelstein von ihm hat 1-1 und teilt den Besitzer um 10. Aber trotzdem, mein Spinnst du, Bro? Einfach nur episch gewesen, dieser Boss. Hat mir irre gut gefallen. Zum Glück habe ich da jetzt keinen Skylander wie Gearshift oder Trigger Happy, die Elite-Version natürlich verwendet. Denn da wäre viel zu schnell down gewesen. So hatten wir damals ein episches Battle. Aber es war halt nicht nur der einzigste. Wir erinnern uns damals, auch auf diesen monströsen Inseln gab es ja auch noch einen anderen Boss, den wir halt nach dieser Seepassage gefunden haben. Den muss man aber auch, wenn man kein Seefahrzeug hat, besiegen. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Und das war für mich auch so ein kleines Highlight, dass da nochmal so ein extra Boss mit dabei war. So ein kleiner Miniboss, der ja, angenehm war. Hat mir Spaß gemacht. Chaos durften wir auch besiegen mit einem Skylander und mit keinem Fahrzeug. Ja, der Chaos war viel zu schwach. Das muss man hier eindeutig sagen. Selbst auf diesem Albtraum-Schwierigkeitsgrad-Modus war er viel zu schwach. Das hat sich wie einfach angefühlt. Ja, der niedrigste Schwierigkeitsgrad. Aber aufgrund der Story ist das halt durchaus erklärbar. Denn der Chaos, der hat damals schon irgendwie so einen Eindruck gemacht, als ob er nicht wirklich gegen uns kämpfen will. Irgendwie ratlos ist er uns gegenüber gestanden. Hat die Finsternis ein bisschen gefragt. Ja, was soll ich tun? Es ist nicht so einfach. Was weiß ich. Vielleicht war das schon das erste Anzeichen, das eigentlich auf unserer Seite steht. Und so dadurch kann man das halt dann wirklich mit der Story erklären, warum der so schwach ist. Die Finsternis war hingegen schon ansprechender. Das fand ich schon toll. Auch wenn es halt wie schon angesprochen wenig Abwechslung gab. Da hätte ich mir mehr gewünschen. Aber für die Story ein sehr gutes Ende finde ich. Hat alles gepasst. Der Fahrzeugboss war super. Auch mit diesen Abzügen. Also hier vollkommen in Ordnung. Als Boss, als finaler Boss würde ich ihn nach Trap-Team auf eine Stufe vielleicht nicht mit Skylanders Spiros Adventure, dem finalen Boss stellen damals Chaos. Sondern vielleicht eins dahinter. Swapfoss Boss und Giants Boss liegen deutlich hinter dem Boss. Keine Frage. Also hinter dem Boss von Skylanders Superchargers. Was natürlich auch vielleicht ein kleines Manko war. Jetzt bei den Fallen. Einerseits hatte man keine Schurken mehr. Was natürlich auch im Nachhinein, wenn man das ganze Thema länger betrachtet und darüber nachdenkt. Ein bisschen verständlich ist, weil sonst wird das Spiel noch leichter. Also kann ich gut verstehen, dass die Schurken hier einfach nicht mehr spielbar sind. Man hat jetzt dafür die Fallen jetzt für die Fahrzeugpassagen. Wo man dann die Fallen als Waffe benutzen kann und eine andere Munition bekommt. Aber dadurch, dass die Fahrzeugpassagen jetzt nicht wirklich eine Herausforderung sind, braucht man die nicht wirklich. Beim finalen Boss gegen die Finsternis sind sie gut verwendbar. Aber sonst braucht man sie eigentlich nicht kaum. Es ist halt ein nettes Feature. Gut, dass sie mit dabei sind. Aber ich habe mir da schon fast mehr erwartet, nachdem es im Vorgänger so viele Fallen war. Hoffentlich passiert das nicht auch mit den Fahrzeugen im nächsten Teil von Skylanders. Denn jetzt habe ich einige Fahrzeuge schon und irgendwie kommt mir vor, diese Seepassagen und Himmelspassagen waren dann doch teilweise nicht so ansprechend. Der Spielspaß war natürlich da bei vielen, bei vielen aber jedoch auch nicht während dieser Passage, weil sie einfach nicht so gut umgesetzt wurden. Natürlich, weil es auch keine Bosse gab, wie schon angesprochen, aber ja es kam halt irgendwie ein bisschen eigenartig teilweise rüber. Da hat man sich vielleicht auch mehr erwarten können, aber es sind halt wirklich nur optionale Passagen. So wie bei den Elementatoren früher. Die gibt es hier nicht mehr. Irgendwie bin ich froh, muss ich sagen, denn das wäre eine Katastrophe geworden, hätten sie Elementatoren mit optionalen Passagen auch noch eingebaut. Da ist viel besser die Arbeit in die Story investiert worden. Einfach in den Hauptflow des Spiels. Also definitiv die richtige Entscheidung. Ich bin schon gespannt, was ich mit den Fahrzeugen dann im nächsten Teil noch anfangen kann. Es wäre toll, wenn sie die Elementatoren ersetzen würden und man halt einfach mit den Fahrzeugen dann so Tore öffnen kann und zusätzliche Passagen spielen kann. Vielleicht gibt es dann auch Bosse. Dann hat das mehr als nur Potenzial, hier in den optionalen Passagen einen Hit zu produzieren. In gewisser Maßen sind sie das ja jetzt schon in diesem Spiel. Wenn ihr euch die Fahrzeuge mal genauer anseht, teilweise sind sie einfach nur fantastisch gestaltet worden. Jetzt als Figur schon. Die Idee ist super. Ich stelle einfach ein Fahrzeug auf das Portal. Ist nochmal ein ganz anderes Feeling, als wenn ich nur ein Skylander aufs Portal stelle. Also das kann schon was. Und im Spiel ist es dann nochmals eine Spur besser. Warum? Ich kann hier meine Fahrzeuge anpassen. Ich kann hier verschiedenste Mods verwenden. Ich kann sie für mich personalisieren. Das ist eine super Idee. Und vor allem nochmal diese optische Umänderung eben mit diesem Personalisieren mit diesen Mods. Das ist ja super. Ich kann hier einfach die Fahrzeugteile austauschen. Das ist einfach nur phänomenal gelöst worden. Das ist super, dass das funktioniert. Die Werte, ja gut, machen jetzt nicht so viel aus. Vor allem im Singleplayer hier bei der Story eigentlich kaum bis gar nicht. Aber im Multiplayer ist das natürlich dann schon um einiges wichtiger. Bezüglich Multiplayer, wir können ja in diesem Skylanderspiel erstmals mit anderen Freunden spielen. Über das Internet und zwar die Story, wie wir gesehen haben am Anfang mit Peseathos. Das war eine super Sache. Leider konnte er das Spiel mit mir dann nicht mehr zu Ende bringen. Bis Part 9 ist er dabei und dann konnte er mit mir das nicht mehr weiterführen. Was sehr schade ist, aber an dieser Stelle möchte ich mich bei dir nochmal recht herzlich bedanken, dass du mich einen Teil dieses Spiels begleitet hast. Das war eine super Zeit hier, mit ihm einen Start durchzuführen. Das erste Mal ein Skylanderspiel, was man über das Internet mit einem anderen Freund spielen kann. Das war einfach nur ein super Erlebnis. Das werde ich nie vergessen. Danke dafür, please. Zum Abschluss, wo stufe ich das Spiel jetzt noch ein? Ich würde echt sagen, das Spiel ist sehr, sehr gelungen mit vielen Schwächen. Aber dann gibt es so viele Passagen, wo das Spiel einfach nur glänzt und besser ist als Trap Team. Also insgesamt reicht das Spiel hinter Trap Team ein. Trap Team hat noch immer den Thron auf Platz 1. Das zweibeste Skylanderspiel meines Erachtens. Jetzt Skylanders Superchargers und dann ja, Skylanders Spiros Adventure hat halt so eine Monopolstellung. Damals das erste Skylanderspiel überhaupt. Das war für jeden etwas besonderes, der damals begonnen hat. Natürlich kann es von der Grafik und so weiter nicht mithalten. Deswegen kann das bei dem ein oder anderen im Ranking vor- oder zurückliegen. Ich reihe es knapp hinter Superchargers ein. Vielleicht sogar mit Swap Force auf einer Stelle. An anderen Tagen ist es dann halt wieder so, dass vielleicht ein anderes Skylanderspiel für eine Priorität hat, weil man gerade Lust drauf hat. Und wie auch immer. Technisch gesehen müsste das Spiel Skylanders Spiros Adventure im Ranking weiter zurückliegen bei den Skylanderspielen. Aber das ist halt von jedem komplett unterschiedlich. Je nachdem welche Erinnerungen er verbunden hat. Damals das allererste Skylanderspiel. Etwas brandneues, etwas so episches. Das weckt dann ganz besondere Erinnerungen und Gefühle. Damals hat man ja noch gar nicht gewusst, wird das überhaupt ein Erfolg. Das war ja ein Nachfolger von Spyro Dawn of the Dragon. Aber nun gut. Genug mit dem Exkurs. Wir bleiben hier bei Skylanders Superchargers. Wir werden vielleicht noch ein paar Part sehen, wo wir noch etwas geliefert bekommen, wo ich euch einfach noch ein paar Sachen zeigen werde. Vielleicht in regelmäßigen, vielleicht in unregelmäßigen Abständen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen dieses Let's Play und hattet genauso viel Spaß wie ich. Okay, das war's mit dem finalen Boss von Skylanders Superchargers. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.